Der Utrechter Dom war bis 1580 Domkirche des Bistums Utrecht und dient als evangelisch reformierte Kirche. Seit einem schweren Sturm im Jahr 1674, der das Langhaus zerstört, besteht die Kirche nur noch aus Chors, Querschiff und Turm, dem höchsten Kirchturm der Niederlande. Geschichte Um 630 errichteten fränkische Missionare eine erste hölzerne Kirche im ehemaligen römischen Kastell Utrecht, die vielleicht schon dem heiligen Martin geweiht war. Um 695 wurde unter dem zum Erzbischof der Friesen ernannten Willibroth eine steinerne Kirche errichtet und Utrecht damit zum kirchlichen Zentrum, ausgebaut. 857 wurde die Kirche von den Normanen zerstört. Nach 922 wurde der Wiederaufbau in Angriff genommen. Nach erneuter Zerstörung durch Brand im Jahr 1017 konnte 1023 ein Neubau geweiht werden. 1131 und 1148 folgten wiederum Brandschäden, eine neue Weile wurde 1173 vorgenommen. Ein weiterer Brand 1253 wurde offenbar zum Auslöser für die Planung eines großen gotischen Neubaus, zu dem 1254 der Grundstein gelegt wurde. Um 1295 wurde der Chorumgang vollendet, der in enger Anlehnung an den Kölner Dom gestaltet worden war. Obwohl die Bauarbeiten im Ostteil der Kirche noch in vollem Gange waren, wurde zwischen 1321 und 1382 der Hohe Westturm errichtet. Kurz nach 1400 kam der Kirchbau für einige Zeit zum Erliegen, 1440 wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gingen der Kirchenfabrik die Mittel aus. 1521 wurden die Bauarbeiten, nachdem die Kirche im Wesentlichen fertiggestellt war, eingestellt. 1559 wurde Utrecht zum Erzbesturm erhoben. 1580 erlitt der Domschäden während des Bildersturms und ging an die Protestanten über. Während der Besetzung durch den französischen König Ludwig XIV. 1672-73 nahmen die Katholiken den Dom kurzzeitig wieder in Besitz. Ein heftiger Sturm führte am 1. August 1674 zum Einsturz des Mittelschiffs der Kirche. Der Utrechter Maler Hermann Saftleven wurde von der Stadtregierung Utrechts beauftragt, die Situation nach dem Einsturz zu dokumentieren. Das stehen gebliebene Querschiff wurde mit einer provisorischen Westwand abgeschlossen. Die Ruinen des Mittelschiffs wurden erst 1826 geräumt. An ihrer Stelle entstand der Domplein. Der Verfall des Doms setzte sich während des 19. Jahrhunderts fort. 1850 wurde eine erste Renovierungsaktion in Gang gesetzt. Weitere Renovierungen folgten 1921 und 1979 bis 1988. Der Turm wurde 1901 bis 1931 durchgreifend saniert. Ein Wiederaufbau des eingestürzten Mittelschiffs wird immer wieder diskutiert. 2004 zum 750-jährigen Jubiläum der Grundsteinlegung des gotischen Domes wurden die Ausmaße des Kirchenschiffs durch eine Metallkonstruktion angedeutet. Orgel Die Geschichte der Orgeln reicht zurück in das Jahr 1342. Die große Orgel wurde in den Jahren 1825 bis 1831 durch die Orgelbauer Johann und Jonathan Betz erbaut, wobei teilweise Pfeifenmaterial aus dem 16. und 18. Jahrhundert verwendet wurde. Es wurde 1974 bis 1975 vollständig restauriert, wobei zwischenzeitliche Veränderungen rückgängig gemacht wurden. Das Instrument hat insgesamt 50 Register auf drei Manua-In- und Pedal-Turm. Bemerkenswert ist der kolossale 112 Meter hohe Westturm. Er zählt zu den größten und eigentümlichsten Türmen des 14. Jahrhunderts in Europa. Die kaleidoskopische Form besteht aus zwei unterschiedlich breiten, quadratischen Geschossen und einer achteckigen Laterne, bekrönt von einem sehr flachen Helm. Der Turmbau rief wegen der vermeinten Eitelkeit des Unternehmens Proteste des Bußbredigers Gerd Grote hervor, die er in seinem Traktat Kontra Turim Trajektionsform niederschrieb. Trotzdem übte der Turm des Utrechter Domes später einen prägenden Einfluss auf den Bau verschiedener anderer großer Kirchtürme in den Niederlanden aus, wie zum Beispiel in Amersfurt, Rennen und Groningen. Unter dem Turm verläuft eine einspurige Straße. Bis 2003 fuhren die Busse der Linie 2 unter dem Turm hindurch, vom Domplatz kommend Richtung Bahnhof. Glocken In der unteren Glockenstube hängt ein Geläut aus 14 Glocken. Gerhardus de Vougos 1505 Eine diatonische Reihe von 13 Glocken zu einem der mächtigsten Geläute Europas. Hierfür wurde der vorherige Glockenbestand teilweise geschmolzen, teils verkauft. Die sieben modernen Eisbauts-Glocken ersetzen die jeweils ton- und rhythmgleichen Fan-Wu-Glocken, die 1664 zur Finanzierung des Carillons eingeschmolzen wurden. Die 14. Glocke gehört nicht zum eigentlichen Hauptgeläut und hing vermutlich im ehemaligen Dachreitern über der Führung. Seit 1979 werden alle Glocken von der rund 50-köpfigen Utrechter-Leutegilde sowohl zu kirchlichen als auch zu profanen Anlässen von Hand geläutet. Dabei nimmt die große Salvatore-Glocke ihren Dienst nur zu hohen Festtagen auf Christmette ab 23 Uhr, Ostersonntag zum Osterjubel ab 6.40 Uhr und ab 10 Uhr, Koning Inedag ab 9 Uhr, Nationale Dodenherden King von 19.30 Uhr bis 20 Uhr solistisch, Christi Himmelfahrt ab 10 Uhr und Pfingstsonntag ab 10 Uhr. Punkt. Das Folgeleut erklingt jeweils am Neujahrstag um Mitternacht zum Jahreswechsel und zur Eröffnung des Udermutsig-Festivals gegen 12 Uhr. Außer dem Geläut befindet sich im Turm ein historisch bedeutendes Carillon aus 50 Glocken, 1663 gegossen von den Brüdern Hermeni. Jakob van Eyck war im 17. Jahrhundert Glockenspieler des Domes. Maße, Gesamtlänge außen vor Schiff Feinsturz 119 Meter. Länge des Querhauses außen 49 Meter. Innenhöhe der Chorgewölben 31,5 Meter. Höhe des Dachförstes 41,6 Meter. Grundfläche des Turmes 19,3 pro 19,5 Meter. Turmhöhe 112,32 Meter. Gar sings 50,4 Meter. Entschuldigung. Vielen Dank.